Entertainerin Gloria Gray präsentiert die Spezialität des Tages aus der Beerwurzerei Hieke in Zwiesel. Leute, wenn ihr mal in Zwiesel seid, müsst ihr euch unbedingt die Wolperdinger-Schau mit den sprechenden Bäumen in der Beerwurzerei Hieke anschauen. Und danach probieren wir noch einen Wolpi-Kräuterlikör mit sage und schreibe 60 verschiedenen Kräutern, Beeren und Wurzeln. Ein wahres Kräutererlebnis. Und weil er 50 Prozent hat, kann man ihn auch wunderbar zum Flambieren verwenden.